Die Soldaten sind die strammsten gewesen, mit denen ich es je zu tun bekam. Ich weiß nicht, wofür sie uns hielten, aber benommen haben sie sich, als vermuteten sie einen gefährlichen Übeltäter unter uns. Es war vor dem Wecken, als sie bei uns eintrafen, und sie haben uns mit mächtigem Radau auf einen brachen Acker neben dem Lager gejagt. Sie haben ein dreifaches Quadrat aus Posten um uns gebaut, es waren aufgepflanzte Bajonette zu sehen und leichte Maschinengewehre, hinter denen einer in Stellung lag, und so haben sie uns warten lassen bis ins bessere Morgenlicht. Dann Leibesvisitation, aber gründlich, und behalten durfte man wenig. Schüssel und Löffel blieben uns, und alle Reichtümer darüber hinaus, zu denen wir in den letzten Wochen gekommen waren, flogen auf einen Haufen, der schnell wuchs. Messer, Gabel, Schere, Licht dürfen auch Gefangene nicht. Behältnisse, die bei sich führt, wer nicht ungerüstet erleben will, wie ein Sirup fast birst oder ein Salzsack reißt, bildeten ein Gutteil der Pyramidenmasse. Kleidungsstücke von verdächtig ziviler Farbe machten den Berg freundlich bunt, Schreibgeräte aller Art, darunter Schiefertafel mit Griffel und Zimmermannsblei, flogen auf den Hügel, und eine Mundharmonika wie auch ein kleiner grüner Ball, Luxusgerät von kaum bezifferbarem Wert, mussten mit auf die Halde. Meine Schachfiguren waren fast schon dort, aber ein Engel hat mir über die Schulter zugesagt, hat mir den Ton angeschlagen, den ich brauchte für den Posten, denn der hat mir schließlich die Schnitzereien vor die Füße geworfen und hat nur das Tuch mit den Spielfeldern auf den Müll getan. Es wird wieder einmal die Hygiene gewesen sein, die uns von unseren Gütern trennte, und wenn sie auch noch unsere Kleider gegen saubere getauscht hätten, wäre der Vorgang zu einigem Sinn gekommen. Aber so sehr hat uns das alles in diesen Stunden nicht beschäftigt. Beschäftigt hat uns fast nur die Frage, was wollen denn die von uns? Wie führen sie sich nur auf und doch nicht etwa wegen uns? Waren wir nicht die fröhlichen Sänger von Puhavi, Waren wir nicht Puhavis lustige Obstpflücker und Sandschipper? Waren wir nicht die fleißigen Heinzelmännchen vom Weichselstrand? Hatten wir uns etwa geschont an Straße und Schiene? Hatten wir uns nicht auf glitschige Stege gewagt und auf brandige Mauern und auch an wartende Minen? Hatten wir es fehlen lassen an Fleiß und Einfallskraft und gutem Willen? Hatten wir nicht ganz so getan, als gehörte dieses Land uns und als wollten wir es für uns wieder in Ordnung bringen? Ja, wir wussten schon, wir waren mit dem Krieg hierher gekommen. Und wer Schärfe wollte, konnte auch sagen, der Krieg mit uns. Aber das war doch längst vorbei. Das war schon fünf Monate vorbei. Beinahe ein halbes Jahr lag das zurück, ein halbes Arbeitsjahr und das Gras dieses Sommers war schon wieder verdorrt. Da musste man uns doch nicht den alten Krieg noch einmal neu erklären. Wir hatten nun genug vom Pulver gerochen, da mochten wir die Maschinengewehre nicht mehr. Uns war schon heimgezahlt worden und also waren unsere Taschen leer. Bereitwilliger als uns gab es keinen. Wozu da das Geschrei und bitte wozu auch die Geheimnistuerei? Man konnte uns doch wahrhaftig wissen lassen, aus welchen Gründen und zu welchem Ende der frühe und barsche Besuch. Aber so etwas ist immer Ansichtssache und die Soldaten schienen anderer Ansicht als wir. Sie teilten uns in sieben gleiche Teile und das ging glatt, denn die Ruhe und die Minen und ein paar andere Widrigkeiten hatten unsere Zahl auf 280 gebracht. Die Mittagsstunde ist die Abschiedsstunde von Bovawi geworden. Abschied im Marsch vorbei am kleinen Lager und Abschied im Marsch auch am großen Lager vorbei. Abschied vom Bahnhof, auf dem ich einen meiner Eisenbahner sah. Abschied auch von dem Gleis, an dem ich gebaut und einer schnellen Beerdigung zugesehen hatte. Abschied im Waggon, der gegen Nordwesten rollte. Manchmal denke ich, ich sollte noch einmal dorthin und ich weiß mich sentimental, wenn ich das denke. Aber ich weiß auch, warum es mich hinzieht, wo ich doch nicht so überaus glücklich war. Weil ich fortgegangen bin, fast ohne ein Auge für die Ecke Land, in der ich ins Leben einige Einsicht bekam. Etwas mehr jedenfalls als vorher in 18 Jahren. Und doch werde ich es noch lange bedenken, ehe ich mich auf solche Reise mache. Denn von anderen Unternehmungen dieser Art weiß ich, wie wenig sich dabei ergibt. Verlegenheit ist meist alles. Und dafür muss ich nicht so lange auf die Bahn. 40 Mann in einem Waggon, dem eine Mittelpritsche eingezogen worden ist, da hat man fast Platz. Und wenn etwas mehr Gewissheit gewesen wäre, über Fahrt, Ziel und Absicht mit uns, wäre wohl Reisestimmung aufgekommen. Ich weiß nicht, wie es mit der Stimmung war, ich habe es nicht vergessen, ich habe es nicht bemerkt. Ich weiß nicht einmal, wie lange wir unterwegs gewesen sind und wie oft wir gehalten haben und was es zu essen gegeben hat. Ich weiß nur, dass ich gewartet habe. Das mir war wie im Finstern, wenn man die Füße über unbekannten Boden schiebt. Ich wartete auf Risse oder Wurzeln, auf Fall oder Aufprall. Es musste die Haltung der Soldaten ihre Gründe haben. Es fehlten nur die Handschellen. Dann wäre es wie beim Transport von Verbrechern gegangen. Mit dem Bankier, der hier Rothschild hieß, habe ich gesprochen, das weiß ich noch. Und leichter ist mir dabei nicht geworden. Wenn die Richtung bleibt, sagte er, könnte es Warschau sein. Kennst du Warschau? In mehreren Fassungen sogar, heil und kaputt. Kaputt nicht wie eine runtergefallene Uhr, kaputt wie eine, über die eine Straßenwalze gerollt ist. Warst du da im Einsatz? Gelobt sei Jesus Christus, nein. Dann wäre mir noch weniger wohl in diesem Zug. Aber es werden schon welche von uns dabei gewesen sein, sagte ich. Ich meine, irgendwo müssen die doch abgeblieben sein und irgendwo sind wir ja auch alle gewesen. Stimmt, mein Freund. Wenn du 280 Lanza hast, dann kannst du sicher sein, dass an jedem Punkt der Kriegskarte mindestens einer gewesen ist. »Seekrieg vielleicht ausgenommen«, sagte ich. »Auch nur bedingt«, sagte er. »Hier ist ein bayerischer U-Boot-Fahrer und in Narvik und in Turbruck waren mehrere und da waren sie mit dem Schiff. »Wenn wir da überall noch hin sollen, wie jetzt nach Warschau, dann wird meine Bank auf mich warten müssen.« »Du glaubst, dass sie uns nach Warschau zur Arbeit bringen?« »Zur Besichtigung wohl kaum, mein Freund.« »Aber bitte stell dir ruhig vor, wir fahren zur Besichtigung und jeder darf sich noch mal ansehen, was er persönlich kaputt gemacht hat.« »Es wird Streit geben«, fürchte ich, umgekehrt wie früher. »Früher hat jeder geschrien, er war es, der den Bomber vom Himmel holte und den Scharfschützen vom Schornstein. Und jetzt werden sie einander wohl den Vortritt lassen.« »Aber du«, sagte ich, »du zeigst wohl die Kerben im Kolben.« »Schön blöde, mein Freund, aber werde doch nicht persönlich. Lass uns lieber so allgemein wie möglich bleiben. Lass uns träumen von der Grand Tour an die Städten unserer Gloire. »Warschau hatten wir ja schon. Wo beliebteste nun? Rechts, links, oben, unten. Unsere Spur läuft überall.« »Schrei doch nicht«, sagte ich. »Die denken, es hat dich, wenn du so schreist.« »Mich könnten sie ruhig rumfahren. Ich brauchte keinen Ort zu fürchten. Ich habe keinen kaputt gemacht.« »Keinen?« »In einem vielleicht ein Stück, aber das war reine Kampfhandlung und auch noch im Weglaufen.« »Ja, dann bist du natürlich eine Ausnahme, mein Freund, mit Kampfhandlung und weglaufen. Wir anderen müssen uns Willkür vorwerfen und blutige Angriffslust.« »Du bist sehr spaßig.« »Was glaubst denn du, wie jeder hier sein Stückchen Krieg erklärt?« »Der Unterschied ist aber, ob es stimmt oder nicht.« »Ach, wie bist du doch spitz, finde ich, mein Freund.« »Der Unterschied.« »Der Unterschied ist, ob sie dich haben oder nicht.« »Sie haben dich, also ist schon kein Unterschied.« »Bevor wir gekommen sind, war ihr Land heil und jetzt ist es kaputt.« »Was sollen Sie da noch so spitzfindig zwischen uns unterscheiden?« »Nein, mein Freund, wir sind jetzt auf der Reise und ausgestiegen wird nicht mehr.« »Herrschaften, sehen Sie sich Warschau an, Sie haben es zugerichtet, wie es ist. Sie dürfen sich tüchtig denken.« »Herrschaften, machen Sie die Augen auf zwischen Minsk und Sevastopol, den Städten Ihres Fleißes. Man sieht, Sie haben sich auch hier sehr angestrengt.« »Herrschaften, und nunmehr stinkt Ihnen Stalingrad.« »Jetzt hör aber auf, Rothschild. Der Johannes hat seine Ohren auf Lauschen geklappt und er wird sich auch bald mit diesen Posten gutstehen.« »Glaube ich nicht, mein Freund. Ich glaube, Johannes fragt sich die ganze Zeit, wie man diese ungemütlichen Leute abhält, sich nach Volksdeutschen aus Bromberg zu erkundigen. Der hat seinen Lebtag kein Wörtchen Polnisch gekonnt. Also machen Sie doch einen Unterschied zwischen uns.« »Ja, wem Sie zuerst die Zähne einschlagen sollen. Wann, aber nicht ob.« »Im Grunde ist es ungerecht,« sagte ich, und er wurde wieder zu laut. »Ungerecht, ach, blutiger Jesu Christ, hast du ungerecht gesagt. Wer schob dir denn diese exotische Vokabel in den Mund, was soll sie nur besagen? Aber sag es, mein Freund, was ist denn ungerecht?« »Wenn du so schreist, sage ich gar nichts mehr. Ich rede von den Volksdeutschen. Bei uns haben sie nicht viel gegolten und bei den Polen gelten sie als die Schlimmsten.« »Kalfaktor-Schicksal«, sagte er. »Verstehe ich nicht.« »Alfaktor im Knast, kennst du, ja? Aus Büchern.« »Das genügt doch fürs Leben, mein Freund.« »Mach du dir nur Sorgen um die Volksdeutschen. Was meinst du, wie sehr sie um deine Zukunft bangen?« »Das braucht auch keiner«, sagte ich. »Aber ich werde es nicht ganz so fest gemeint haben, wie ich es klingen machte.« Mit dem Gessner zu reden, strengte mich immer sehr an. Das kam natürlich durch den gewaltigen Unterschied zwischen seinem Wissen und meinem und durch meine Versuche dennoch wie gleichauf mit ihm umzugehen. Ich musste eine Menge Dinge, die er als selbstverständlich ansah, auch so behandeln. Das heißt, ich musste es nicht, ich versuchte es aber. Bei dem alten Doktor ganze Kehl damals wäre mir so etwas gar nicht in den Sinn gekommen. Aber Rothschild war jünger und weltläufiger und Bankier oder nicht, ich kam mit ihm weit besser aus als mit den meisten Gleichaltrigen, mit denen ich es versucht hatte. Da gab es welche, denen man immer noch anmerkte, dass sie Oberschüler waren und ich habe meine Abneigung bis dort geschleppt. Um einen hat es mir leid getan, das war ein Berliner, mit dem ich einige Nächte unter dem Mantel gelegen habe. Der konnte wunderbar von seinem Arndplatz erzählen, wie es da war im warmen Frühherbst, wenn die Sonne auf die Äpfel in den Auslagen schien und wie es beim Milchmann gerochen hat. Er hat natürlich auch das Essen nicht herausgekriegt aus seinen Erzählungen, aber es hat darin seinen Platz gehabt. Ungefähr so, wie es im Leben seinen Platz eben hat. Man könnte sogar sagen, er hat Grund gehabt, viel vom Essen zu reden, denn er ist gestorben, weil es viel zu wenig zu essen gegeben hat. Es ist mir an den Jungen aufgefallen, dass sie mehr zu Hause mit sich herumschleppten als die Älteren. Das hatte seine Gründe, hier und zu Hause, das waren ihre Lebensteile, etwas Drittes kannten sie nicht. In der Jugend gibt man noch allem Bedeutung, was man erlebt hat und fast alles, was wir erlebt hatten, war zu Hause geschehen, also redeten wir mit Bedeutung von zu Hause. Das verliert sich, wenn man über Kreta abgesprungen ist und am Monte Cassino gelegen hat und den Gefrierfleischorten bekam oder Wehrmachtsgefängnis. Nun rollten wir aber, ob jung oder nicht so jung, in streng bewachten Kisten auf etwas zu, dessen Namen wir nicht kannten und einen Gefährten hätte ich gerne gehabt. Und doch, und doch trotz allem, ich glaube, ich bin für das Alleinsein gemacht. Ich hätte nicht sagen können, was ich denken konnte und was mir sehr gefiel, dass dieser Zugjagd gar nicht für Warschau bestimmt sein musste. Es konnte doch auch sein, nicht wahr, dass jetzt alle ihre Leute nach Hause holten, die Franzosen, die Franzosen und die Deutschen, die Deutschen. Es war doch so, nicht wahr, dass nicht nur Warschausdächer zerborsten waren, die von Kiel und die von Lübeck waren es auch. Es war doch Frieden, nicht wahr, und der galt nicht nur für eine Seite. Wenn Frieden war für Polen und Russen, dann musste doch, Logik, Frieden auch für die Deutschen sein. Warum also sollte der Zug schon in Warschau halten? Nein, er nimmt Warschau gar nicht erst zur Kenntnis, er dampft gleich bis Posen durch, kommt an Corvo vorbei und auch an Konin, zwei Orten, die links liegen bleiben, als wäre nichts von Belang in ihnen geschehen. In diesem Zug zählt anderes. Die Richtung des Zuges zählt und dass er jetzt durch Posen fährt, das einmal die Festung Posen hieß. Rechts irgendwo ahnt man den Bischofssitz Gnesen und links in den Wiesen muss dieses Kordawa liegen, mag es nur liegen dort. Wir fahren vorbei, fahren durch die Festung Posen, fahren der Oder zu, ahnen hoch im Norden Kohlberg und vergessen es schnell, rollen über die Oder und über Märkischen Sand nach Berlin, machen auch hier nur kurze Rast, sind bald in Mecklenburg, das aussieht wie immer schon, sind bald heraus aus Mecklenburg, Gott sei Dank, kommen vorbei, wo die Elbe erst anfängt, winken Hamburg kurz zu und müssen schon weiter, stampfen durchs Baumschulenrevier in Holsteins Süden, halten Fühlung mit der Elbe zur linken Hand, verlassen die Geist, sind in der Marsch, sind in Schleswig, sind auf der Brücke überm Kanal, sind in Marne am Rand Europas, sind zu Hause. Nun ist es mit meinen Träumen so, dass sie sich oft an Einzelheiten zerschlagen. Ich kann mich zwar als Testpiloten sehen, aber dass mir schon schlecht wird beim bloßen Anblick von einer Schiffsschaukel, holt mich wieder aus den Wolken. So ist mir der Schwarm von weitem Ausflug bis in meinen Heimatort mit der Frage vergangen, was denn mein Heimatort mit 280 Fachleuten so ausgesuchter Art anzufangen vermöge. Nun gut, dann eben nicht Marne, dann eben Hamburg oder Berlin, die waren kaputt genug für unsere Künste. Doch was ein Anflug war, endete hier. Und es dauerte auch nicht mehr lange, da meldeten die Späher von den Luken Vorstädtisches, Meere sich an den Schienenseiten, ein angesenkter Laubengürtel sei zu sehen, verwracktes Kriegsgerät liege herum, gammelige Industriebuden habe es die Menge, Häuser stünden da mit fünf geschossen und nicht so viele mit heilem Dach. Und dann sagte einer, der sich überaus auszukennen schien, Praga, Maschawa Praga, östliches Weichselufer, Güterbahnhof Praga dies. Nun ade, mein kornbleicher Falbe, die Grube ruft mir hier. Wer weiß aus welchem Stück das war, es taugte aber als Schlusssatz hinter die Träume. Denn alle Zeichen, die uns drangen, deuteten an, dass wir an einen Ort gekommen waren, an dem es nicht gut träumen war. Wenn ich sage, es roch verkommen, dann tue ich natürlich spätere Kenntnis mit ein in die Beschreibung. Ich weiß eben längst, wie verkommen es dort gewesen ist. Aber das gilt ja für alles. Alles ist vergangen und deshalb weiß ich mehr von ihm. Es roch verkommen. Es roch wie Krieg und Moder, wie Totenrost, wie verwittertes Bein, wie Kloakengärung, wie Schimmel auf feuchter Pappe, wie schleimiges Wasser, wie glosender Faulzunder. In diesen alten Gestank mengte sich neuer, der von eben verbranntem Stauferfett und eben abgelöschter Lokomotivenasche und eben angesetztem fettlosem Kohl. Ich sage, ich habe alles dies gerochen und ich weiß, wie wenig glaubhaft das klingt, denn man weiß ja, der solche Wahrnehmung von sich behauptet, hat in einem Güterwagen gehockt, der verdunstet war von vierzig ungebadeten Männern und wenigstens zwei Tagen Fahrt. Doch will ich es so gerochen haben, so außerordentlich genau, will so außerordentlich genau wahrgenommen haben, was dort gewesen ist, weil ich Gewöhnliches nicht vertragen könnte an einem Ort, an dem man so ungewöhnlich mit mir verfuhr. Zunächst verfuhr man sehr gewöhnlich mit uns. Man schob die Türe auf und hieß uns laut herauszukommen aus dem Kasten und zur Zählung uns zu stellen und dies alles schnell. Es ist mir nicht klar, nach welchen Gesetzen der Mensch eine fremde Sprache erlernt. Klar ist nur, dass dies nicht nach dem Notwendigen geht. Beweis, alle Posten, mit denen ich Umgang hatte, kannten zuerst das Wort schnell und nirgendwo auf Erden habe ich so viel Zeit vertan wie dort, wo ich bei diesen Posten in Verwahrung war. Aber wir sind schnell angetreten auf dem Nebengleis, zumal viel Schießzeug um uns her allen Befehlen eine Gedringlichkeit verlieh. Wir sind angetreten und wir wurden gezählt und Gottlob, wir haben gestimmt. An den Russen habe ich immer eine gewisse beifällige Freundlichkeit beobachtet, wenn wir stimmten. Im kleinen Lager in Puvavi zählten wir uns selber und das stimmte immer und wir machten davon kein Aufhebens. Hier nun in diesem stinkenden Wind war Aufhebens von allem und vor allem davon, dass es uns gab. Unsere alte Mannschaft hat uns einer neuen Mannschaft übergeben, schriftlich ist das sogar gewesen und unser neuer Kommandant ist mit unserem alten Kommandanten die Front abgeschritten und hat einen jeden von uns angesehen, als verspräche er sich etwas davon und eine Rede hatte gehalten, die ging, wie diese Reden wohl immer gehen, dass es zwecklos sei und so weiter. Dann haben wir wieder gewartet und wie der Grund dafür nicht zu erkennen war, gab es auch keinen Grund für den plötzlichen Aufbruch und hieß eben plötzlich Marsch und schnell, schnell hieß es auch gleich wieder. Der Güterbahnhof hat eine Mauer gehabt, vor der mussten wir halten und hier sind viele Leute gekommen, um uns anzusehen. Sie haben auch einiges gesagt zu uns, aber vor allem haben sie uns angesehen. Ein paar Schritte rechts von mir ist eine große Pfütze gewesen und die Kinder sind dort lustig gewesen, wie Kinder überall lustig sind. Sie haben Steine in die Pfütze geworfen und wer dort stand, wurde nass. Dann gab es auf einmal diese Frau. Ich habe sie erst gesehen, als sie zu uns herüberkam, aber sie wird schon vorher da gewesen sein und geschrien wird sie wohl auch schon früher haben, aber da war so viel Geschrei und Geschimpfe und Kindergejohle, da ist es eben untergegangen. Die Frau kam schräg von rechts, ungefähr dorthin, wo ich stand. Sie kam, und das war vor allem anderen verwunderlich, quer durch die Pfütze, die zwar voller Steine lag, aber dennoch eine Pfütze war, eine schlammige Pfütze aus kaltem Wasser. Das schwarze Wasser schlug der Frau an die Knöchel, aber sie kam auf mich zu und vor mir machte sie Halt und auf mich zeigte sie und auf mich schrie sie ein. Es ist gut möglich, dass die Erinnerung vermengt, was bei zeitlicher und auch räumlicher Trennung einzeln geschah, aber ich glaube heute, dass mir in jenem Oktober vor dem Güterbahnhof fast so gewesen ist, wie mir im Januar war an das Bauernhütte. Dort hatten sie mich unter dem Bett hervorgeklopft, hinaus in die Nacht und das ganze Dorf hatte mich umstanden und hier war mir, als wäre die Vorstadt Praga zu meinem Empfang erschienen. Von dem Nachtmoment vor der Bauernhütte weiß ich noch den Gedanken, jetzt haben sie mich und an dem Bahnhofstor wusste ich bald, die wollen mich noch einmal. Zumal, als es beim Geschrei der Frau nicht blieb und andere der Frau, der ich doch gar nichts tat, zur Hilfe eilten. Sie packten mich, wo ich ihnen eine Handhabe bot, sie zerrten so sehr an mir, dass mir hernach ein Ärmel fehlte und einer glaubte wohl an Gewalt. Sein Eifer hat mich einen Zahn gekostet. Wie die Ereignisse abgefolgt sind, weiß ich nicht. Der vorläufige Endstand war aber erreicht, als mich vier bewaffnete Posten eingeriegelt hatten. Vier Posten hatte ich für mich ganz allein, da konnte mir nichts geschehen. Dann bekamen wir auch noch einen Kommandeur und dann hieß es Marsch für mich und meine vier Wachen und so war ich doppelt gefangen. Und einmal war schon einmal zu viel für mich. Die lustigen Kinder haben uns begleitet und wo wir nicht zu übersehen waren, waren wir schon gar nicht zu überhören. Bald war es Ritual. Die Kinder sangen mich aus, die Leute schrien es einander zu und schrien es dann fragend den Posten. Die Posten hatten nur Auge und Ohr für mich, doch unser Kommandeur gab alle hundert Schritte Auskunft. Die sprach sich herum mit Heulton und ich hatte wieder Andrang. Vier Posten sind manchmal doch wenig. Wie ich zum Bericht nach Worten suche, fällt mir die Formel ein. Ich hätte gar zu gern gewusst, warum ich diesen Auflauf verursachte, was also mit mir war. Aber die Formel passt nicht, weil es nicht stimmt. Ich wollte gar nichts wissen. Ich wollte nur nicht von den Füßen kommen und unter die Füße und so nahe mir die vier Posten körperlich waren, so waren sie es seelisch auch. Aber ich habe mich danach wohl tausendmal gefragt, was diese Frau denn über mich zu sagen wusste. Aber im Gewühl hatte ich den Anlass schnell vergessen, durch den ich ins Gedränge kam. Ich wollte nur heraus aus dem Gedränge. Das ging aber nur mit Maschinenfeuer. Unser Kommandeur hat ein Magazin geleert und in dieser Stadt nahm man Schüsse ernst. Man wieg von mir und meinem Posten. Weil der Weg meine ganze Aufmerksamkeit gefordert hatte, sah ich jetzt erst, wo wir inzwischen waren. Am Ufer des Flusses. Am Fuß einer Brücke aus Pontons. Und ich weiß nicht mehr, ist es eine Brücke mit zwei Fahrbahnen gewesen oder waren es zwei Brücken mit Einbahnverkehr oder hat es auf der einen Brücke Regler gegeben, die dem Hin und Her geregelte Richtung gaben. Ich weiß nur, wir sind hinauf auf den leiswiegenden Weg und wir haben unsere laute Begleitung hinter uns gelassen. Bestimmt habe ich es mehr als einmal gesagt, ich mag die Tage sonst, wenn der Herbst noch leicht ist, wenn er nur in Schleiern über Land und Fluss liegt, wenn die Sonne einem nicht das Auge verbrennt, wenn der Sommer weit ist und der Winter fern. Und so einen Tag haben wir gehabt zu unserem Empfang in Warschau. Aber ich erinnere mich dessen nur pflichtschuldig. Ich erinnere mich dessen und ich sollte dankbar sein, denn später bin ich bei anderer Beleuchtung über die Weichsel gekommen und habe in klarem Licht den verschorften Steilhang der Stadt gesehen. Da habe ich gewusst, wäre bei meinem ersten Oktobergang über die Brücke Platz in mir für diese Bilder gewesen, dann hätte mich die Angst vielleicht doch auf die Pontonplanken geworfen, denn dann hätte ich in der Wüstenei vor meinen Augen womöglich den Grund für meine Wüstebehandlung erkannt und hätte gemeint, sie führten mich zu der Brandstätte hin, weil sie glaubten, ich hätte die angezündet. Nun, ich war ja angefüllt mit mir selbst und keinerlei Umsicht war da noch in Gang zu halten, was der Verstand geheißen wird hielt sich an naheliegendes, wusste gerade noch die eine und immer wiederholte Frage warum und nahm nur wahr, was ohne Vermittlung mit mir zu tun zu haben schien. Das kennt jeder. Man ist durch etwas hindurch, glaubt, man ist gesichtslos und fühllos gewesen und später stößt man auf verwunderliche Erinnerungen und weiß so, man hatte die Augen gar nicht zugepresst. Sie waren weit offen, man hatte die Ohren nicht versperrt, denn Töne sind durch sie eingefallen, die nun tauen wie nach Münchhausens russischer Kälte. Auf diese Weise weiß ich, dass mich unterwegs jemand von der Brücke hat stoßen wollen und dass ich gedacht habe, hier ist es ja flach. Einmal verlor ich eine Pantine und ich sehe die Posten, wie sie wie bei einem höfischen Tanz die zwei Schritte mit mir zurück tun. Dankbarkeit gab es auch, weil es auf den Pontons lange nicht so ein Aufsehen gemacht hat wie an Land. Die Leute waren mit dem schwanken Übergang beschäftigt und Bewaffnete gab es überall genug wie auch so abgerissene Figuren. Und dass es über dem Wasser lange nicht so stank, habe ich vermerkt. Am anderen Ufer freilich ist es wieder losgegangen mit dem Gestank und mit dem Lärm und auch mit den fliegenden Steinen. Den Posten hat das ein Problem gemacht. Wenn sie sich nahe an mich hielten, bildeten sie mit mir im Verein das bewegliche Ziel. Und wenn sie mir ferner blieben, gaben sie mich den Geschossen frei und mich auf keine Weise freizugeben, war ihr Auftrag gerade. Also taten sie, was ihnen bestimmt nicht leicht gefallen ist. Sie suchten die Verständigung mit den zivilen Werfern. Sie riefen dorthin, woher die Steine kamen, etwas, das wie Bitte und Vorwurf klang. Sie rührten wohl an Patriotisches, denn sie hatten Erfolg für sich und für mich, jedenfalls immer bis zur nächsten Ecke. Weil ich ihn später ausgemessen habe, weiß ich, dass es ein langer Weg gewesen ist und beim ersten Mal ist er mir vorgekommen wie ein Weg durch eine Schlucht. Das kam aber durch die Schutthügel an den Seiten, die ihr Geröll an manchen Stellen bis zur Straßenmitte geschoben hatten und es kam, weil die Leute, die auf den brandschwarzen Halten herumkletterten, sich so verloren ausnahmen. Zuerst ist aus einem mächtigen Hang hinaufgegangen, sogar meine Wächter haben scharf geatmet und dann sind wir durch ein Stadtstück gekommen, in dem es Bäume gab und wo die Häuser nur ein paar Löcher in den Wänden hatten, ein oder zwei Plätze haben wir überquert, an einigen Stellen sind wir vorbeimarschiert, wo Herbstblumen unter beschrifteten Tafeln lagen und dort ist es besonders laut um mich geworden und dann waren wir in einer Straße, auf deren linker Seite Mietshäuser standen, ausgebrannte meistens, aber mit intakten Mauern und rechts war das Schotterbett einer Straßenbahn und dahinter lagen große Gebäude, eine Kaserne wohl und irgendwelche Ämter. Nach zwei oder drei Querstraßen wurde es auch links sehr amtlich. Amtlicher konnte gar nichts sein, als diese hohe und lange Backsteinmauer es war und amtlicher als das eiserne Tor, das fast die Höhe der Mauer erreichte, konnte kaum eine Pforte sein. Unser Kommandeur kommandierte meine Posten zu strammem Halt, dann trat er an das Tor und drückte auf einen Klingelknopf. Es dauerte lange, aber es wurde dann doch eine Klappe in der Tür, die in dem Tore war, geöffnet und sehr barsch scholl es heraus aus der Klappe. Der Kommandant von meinem Konvoi, der ein langer Mensch war, bückte sich etwas und weil er auch ein militärischer Mensch war, nahm er zugleich eine militärische Haltung ein und so sprach er seinen Part zu einem Dialog durch die Klappe. Dann fiel die Klappe zu und dann dauerte es wieder lange. Und ein weiteres Mal wurde die Klappe in der Tür, die in dem Tore war, geöffnet und ein Augenpaar war zu sehen, das Blicke auf uns alle warf, auf mich, auf meine Wachen und auf den Führer meines Geleits und auf die Straße, rechts und links und hinter uns und hiernach wurde die Klappe geschlossen und die Tür geöffnet und der barsche Ton war wieder da und er teilte unseren Zug. Mein Kommandant ging durch die Tür und winkte mir und die Soldaten blieben auf der Straße. Der Inhaber der barschen Stimme war ein kräftiger und hochgewachsener und älterer und schnauzbärtiger Mann, der mir bis heute als das Abbild eines musterhaften Soldaten gilt. Ich bin ja noch oft durch seine Tür gekommen und habe ihm noch oft bei seinem Geschäft zugesehen, sachlicher war das nicht zu betreiben und reibungsloser auch nicht. Es ist barsch zugegangen, aber ohne Gebrüll. Man hat sich zwar nicht wohl gefühlt, aber unheimlich ist es auch nicht gewesen. Ich rede von später. Zuerst ist es unheimlich genug gewesen und vielleicht gerade, weil der Schließer so sachlich war. Sein erstes Kommando hat meinem Kommandanten gegolten, dem hat er befohlen, wie ich dann sah, die Maschinenpistole durch ein Fenster zu reichen und die Pistole am Koppel auch. Ich hatte nichts davon und es freute mich doch. Dann war die Reihe an mir und wie eine solche Reihe immer beginnt, ich wurde durchsucht. Das war mir seltsam recht. Ich erkläre es so. Diese Musterung konnte nichts zu Tage fördern, außer Löffel und Schüssel und den Schachfiguren besaß ich nichts. An meinen leeren Taschen würden sie erkennen, dass ich nicht war, wofür sie mich gehalten hatten. Den Löffel bekam ich zurück, die Figuren und die Schüssel nicht. Der Schließer prüfte die Dicke ihres Blechs, sah wohl, dass es sich mit wenig Mühe teilen ließe, sah wohl auch, was mit so gekantetem Blech dann machbar war und warf die Schüssel in die Ecke. Man kennt diesen Wurf aus dem Handgelenk, ohne Hinsehen zum Ziel, man erkennt dieses Zeichen von Übung. Ein barsches Kommando drehte mich zur Wand, es war altes Gemäuer, glatter roter Stein und grauer Mörtel, Himmel hoch vor meiner Nase. Als hätte ich keine anderen Sorgen gehabt oder eben weil ich so andere Sorgen hatte, suchte ich die Steine nach den Spuren ab, die sonst an Städten zu finden sind, wo Menschen länger verweilen. Es gab keine. Was nicht weiter verwundern darf, denn entweder stand man hier und hatte seine Besichtigung gerade hinter sich, dann hatte man kaum etwas zum Schreiben. Oder man stand hier, um gleich auf die Straße zu treten, und da würde man den Teufel tun und noch Wände bemalen. Aber wenn Blicke schreiben könnten, dachte ich, und ich dachte auch dies nur, um nicht das andere denken zu müssen, dann wäre die Wand bedeckt von Schrift über Schrift. Und ich wollte, um mich fortzulenken von meiner Furcht, einen Eintrag erdenken, der geeignet wäre, meinen Eintritt in dies Haus zu melden. Aber so gut hält man das Meer mit den Händen auf, wie ich die Ängste von mir halten konnte. Was soll ich hier an dieser Wand? Ist dies die Wand, an die man gestellt wird? Nein, nein, für so etwas ist der Torhof doch viel zu eng, aber warum stehe ich hier? Vielleicht ist der Torhof doch nicht zu eng, wenn sie von dort her schießen, wohin der Postenführer seine Waffen gab. Könnte es sein, dass eine Frau schreit und dann wird man auf einen Hof geführt und wird erschossen? Wenn alles sein konnte, was bis hierher war, dann kann auch das sein. Das Unglaublichste ist der Tod, hat Onkel Johnny gesagt, aber wenn man erst einmal geboren ist, gewinnt das Unglaublichste an Wahrscheinlichkeit. Sie führen eine doch nicht durch verbranntes Gebirge, weil es Spaß ist. Sie lassen sich doch nicht beinahe steinigen, wenn es nicht ganz ernst gemeint ist. Sie nehmen mir doch nicht die Schüssel, wenn ich sie noch brauche. Aber den Löffel hat er mir gelassen. Was gilt nun? Schüssel oder Löffel? Es kann gar nicht anders sein. Löffel muss gelten. Dies ist vielleicht nur eine besonders barsche Art, mich zu etwas heranzuziehen. Vielleicht brauchen die einen Drucker. Ja, natürlich, einen Drucker brauchen die hier. Das hat man oft gehört, dass sie im Gefängnis besonders wichtige Papiere drucken. Wegen der Sicherheit. Ein Gefängnis ist doch so gebaut, dass nichts heraus kann oder herein, wenn es nicht soll. Und so einen Ort braucht man für wichtige Papiere auch. Und Drucker braucht man. Und ich bin doch Drucker, das wissen die ja. Ja, und die Frau wusste es auch nicht, Es ist so die Art hier, nicht wahr, einen Drucker aus dem Glied zu rufen. Da kommt eine Frau und schreit und das bedeutet, ein Drucker wird gebraucht. Das ist hier wohl so. Natürlich. Und dass dann fünf Männer kommen, bewaffnet mit der Feuerkraft eines Schützenzuges, das ist auch so. Drucker sind rar. Und das Geschrei hat nur bedeutet, sie haben endlich einen Drucker gefunden. Und die Steine haben bedeutet, sie haben gedacht, sie soll die Steuerformulare setzen. Gleich hinter diesem dummen Witz war es mit mir vorbei. Ich dachte gerade noch, dies ist ein Ort wie keiner sonst, einen blöden, blöden Witz zu machen. Das Maul zehn Zentimeter vor einer Hartsteinwand, da fehlen nur noch Witze. Und ich dachte auch, wenn schon Sprüche, dann passt nur der aus dem Waggon, wie ging denn der? Ach, nun ade, mein kornbleicher Falbe, die Grube ruft mir hier. Und dann dachte ich nur noch, ach, und ich heulte. Ich habe alles Verständnis für mich und doch hasse ich mich dafür, weil es so unsinnig war, dort zu heulen und weil ich mich nicht durchgehalten habe. Die Wortwahl ist bedacht. Ich meine das heute. Ob ich damals in der Lage war, mich zu hassen, weiß ich nicht. Und dass ich, als ich auf dem Torhof gegen die Mauer heulte, gedacht haben soll, ich hätte mich nicht durchgehalten, ist zweifelhaft. Aber heute gilt es. Auf einem Gefängnishof zu jammern, ist so eine schreckliche Vergeudung. Wenn sich ein Gefängnis darauf einließe, schleifte es sich selber. Ein Gefängnis muss um den Preis seiner Existenz unerbittlich sein. Sonst flennt sich womöglich noch einer unterm Galgen weg. Das geht ja nicht. Und dass ich mich nicht durchgehalten habe, das finde ich noch immer grässlich. Man muss sich seiner Tränen nicht schämen, wenn sie am Platze waren. Jenseits der Weichsel, dort am Bahnhofstor, als sich die vielen Leute so heftig an mich herangemacht hatten, da wären Tränen erlaubt gewesen und vielleicht sogar nützlich. Und auf dem schlimmen Weg, wer hätte mir ein nasses Gesicht verargen können? Aber nein, hier musste es sein, ganz nah vor einer schützenden Mauer und neben einem Tor, das geschlossen war, wie die Tür in ihm und wie die Klappe in dieser. So ging das immer. Und das war hassenswert. Der schlimmste Vorfall dieser Art liegt länger zurück als der auf dem Gefängnishof, ist vier Jahre älter, mindestens, als der und reicht also tief in die Mitte meiner Jugend. Ich werde vierzehn oder fünfzehn gewesen sein und ich war auf einer der Streifen durch feindliches Territorium, bei denen ich an der Gefahr seltsame Lust gewann. Gefahr, man weiß, das ist eine Sache des Vergleichs und damals düngte es mich ungemein gefährlich, an ein bestimmtes Randstück von Marne zu geraten, weil dort die Küferei war und weil die Jungen sind dagegen in dem Ruf standen, sie würden mit Faßdalben ins Leben geprügelt und hätten selber einen Schlag wie von Eichenbrett. Die Küfer fingen mich an dem Tag und ich merkte bald, es gibt auch wahre Gerüchte. Heulen wollte ich auf keinen Fall, weil sich Heulen in einer Stadt wie Marne herumspricht und klaglos unter diesen Hiepen zu bleiben, schien mir auch keine Sache von großer Aussicht. Ich griff den Häuptling an seinem Ehrgefühl, schrie, zwölf gegen einen sei entsetzlich feige und ich drang auch durch bei ihm. Mit der Gerechtigkeit von wahrer Häuptlingsart wies er seine Krieger an, einzeln mit mir zu kämpfen, einer nach dem anderen. Sie gingen nach Größe gegen mich vor. Ganz klein fängt an, größer rückt nach und lang haut ihm schließlich die Ohren in den Prägen. Die kleinen Bengels sind auf mich losgerannt, dass zu weiterem Verhandeln gar keine Zeit blieb. Entweder ließ ich mich von diesen Dackeln umwerfen oder ich zog ihnen selber was über. Es ging ganz gut, das waren eben Kinder und noch nicht alle waren Talben gehärtet und ich wusste immerhin, dass ich wirtschaftlich sein musste, bloß nicht rumprügeln, richtig zielen und richtig treffen. Und dann, ich hatte die Hälfte der Riege längst mit Abstand hinter mir und die Stimmung färbte sich zu meinen Gunsten, weil die, mit denen ich fertig war, die Meinung vertraten, es habe sie ein bedeutender Gegner gefällt, während meine künftigen Partner nicht ohne moralische Folgen die Nasen ihrer Freunde besahen. Ausgerechnet da flog mich die Ahnung an, ich müßte mich endlos so keilen und jedem Zwergen wüchsen drei Riesen nach und alles wäre so schrecklich ungerecht. Und dann heulte ich. Dass ich mir selber leid tat, fällte mich. An der Küferei und auf dem Gefängnishof nicht anders. Und das nenne ich hassenswert. Ich werde das wohl dürfen. Der Schließer auf dem Hof hat aber nicht nach meiner Verfassung gefragt, ob ich mich durchhielt oder nicht, war keine Sache, auf die er sich einlassen konnte. Er hielt sich durch und das hieß, er ließ sich von mir nicht rühren. Er hat mich barsch aus meiner Stimmung geholt, hat mich von der Mauer fortkommandiert und hinüber zu einer Gebäudetür, wo mich ein anderer Schließer in Empfang genommen hat und bei einem Blick über die Schulter habe ich noch gesehen, dass mein Kommandant schon fort gewesen ist. Und im Gebäude habe ich gesehen, dass hier ein Gefängnis begann, wie ich es aus alten Filmen und Büchern kannte. Deshalb will ich die Gitter und Schlösser nicht so oft erwähnen, ich weiß ja, dass nicht ich allein die Filme sah. Erwähnen will ich nur, dass ich auf einem grün gestrichenen Flur gestanden habe, Gesicht zur Wand und dass wenigstens dort eine Inschrift gewesen ist, aber auch nur eine. Hania hat sie gelautet. Und ihr Verfasser wird wohl gewusst haben, warum er für diese Hania so viel riskiert hat auf dem Flur. Dann bin ich in ein Buch eingetragen worden und da erst habe ich ganz geglaubt, dass alles ernst gewesen ist und mit großer Verwunderung habe ich meine Angaben gehört, denn wenn sie zutrafen, wie kam ich dann hierher? Name Niebuhr Vorname Mark Geburtsdatum 2. 9. 26 Geburtsort Marne Süder Dietmarschen Wohnort eben da Prielweg 4 Erlernt Beruf Buchdrucker Eingeliefert am 8. 10. 45 Wenn meine Angaben zutrafen? Was heißt das, wenn? Sie trafen zu, wer sollte ich wohl sonst sein? Das war die Frage. Wer sollte ich sein? Sie gaben mir einen ruhigen Platz, darüber nachzudenken. 10. Es war zu sehr, wie man es kennt, wohin man mich brachte. Ich konnte nicht glauben, daß gleich einer käme, den Irrtum auszurufen. Man ist in solchem Gebäude nicht mehr ganz unschuldig. Nicht, daß ich mir anders als unschuldig und Opfer schlimmen Versehens vorgekommen wäre, aber ich wußte doch, wenn das Versehen mit mir zu tun hatte, so hatte ich es auch mit ihm, und warum hatte es wohl keinen anderen getroffen. Man wird zunächst sehr fest verwahrt, wenn man noch nicht gestanden hat, daß zur Verwahrung jeder Grund besteht. Ich kam also für das erste halbe Jahr in eine Einzelzelle. Das hört sich, wenn man es unvermittelt aufsagt, hart und lang an, und das war es auch. Aber wenn ich es hinschleppe, wie es sich hingeschleppt hat, wird nichts anders. Ich will einige der Elemente nennen, aus denen sich in diesem Anfang mein Dasein baute, denn für mehr als die Teile habe ich keinen Namen. Von der Angst habe ich schon gesprochen, zu oft, und ich will sie nur noch erwähnen, wenn sie besonders laut oder scharf war. Sie hat natürlich nie nachgelassen. Sie ist da gewesen, wie die Kälte am Nordpol ist, und man kann nicht immer fort von ihr reden. Eine ebensolche Dauererscheinung ist der Hunger gewesen. Und mir selber fallen Berichte lästig, in denen zu oft vom Hunger gesprochen wird. Schließlich gibt es unter uns kaum jemanden, es sei denn, er ist sehr jung, den der Hunger noch nicht gebissen hat. Obwohl Vertrautheit mit einer Sache noch kein Grund ist, die Ohren zu verschließen, wenn von dieser Sache die Rede ist, denn die beliebtesten Geschichten sind noch immer die von der Liebe, und ganz ohne Kenntnis ist doch niemand. Allerdings von der Liebe der anderen ist jeder ganz ohne Kenntnis. Also ist in den Liebesgeschichten eine Doppelung zu vermuten von nächster Vertrautheit und unänderbarer Fremdheit. Das soll aber jetzt nicht meine Sorge sein. Ich bin mit einem jungen Mann befasst, der unter doppelten Verschluss geraten ist und der die Gründe kaum für einmal weiß. Ich erzähle von mir und wie ich in einer Lage war, in die ich nie wieder möchte. Der Hunger, so viel von ihm, war nicht verwunderlich. Das Brot war nur von anderer Art als im Lager, mehr war es nicht. Es wurde im Gefängnis gebacken, und wenn es der Wind schlimm meinte, drückte er den Geruch an mein Fenster. Mittags und abends gab es eine Suppe aus Sauerkraut, abends die Hälfte der Mittagsration, und mittags reichte es für die Hälfte meiner Gier. Weil ich gern Suppen esse und weil ich sie auch kochen kann, muss ich hier auf scharfer Trennung bestehen zwischen dem, was wir als Suppe kennen, und dem, was dort als Suppe galt. Es war wirklich nur Wasser mit niemals gänzlich gegartem Sauerkraut. Und so gesehen ist meine Verköstigung doch noch auf die klassische Gefängnisformel Wasser und Brot hinausgelaufen. Wie sich überhaupt die meisten Geschehnisse ausnahmen, als wäre eine weitblickende Direktion darauf bedacht gewesen, mich in meinen schematischen Vorstellungen und Erwartungen nur ja nicht zu enttäuschen. Aber das muss ich jetzt nicht heranreden, das stellt sich ganz allein heraus. Ich will noch etwas zu dem Sauerkraut sagen, ich will dazu erzählen. An einem frühen Morgen holte mich ein fremder Schließer ab, ich meine, ein Schließer, den ich noch nicht gesehen hatte, und er brachte mich ins Bad. Nun, Bad! Es gab dort einige Brausen und die glitschigen Holzroste, aber es gab ein Stück sandiger Seife und ich habe mich mit Inbrunst gesäubert. Ich dachte, jetzt ginge es vor Gericht mit mir und ich versprach mir etwas von Sauberkeit, wo ich schon nicht wusste, wovon ich mir sonst etwas versprechen sollte. Ich wurde über den Hof geführt, den großen, über den ich noch nicht gegangen war und auf den hinaus meine Zelle lag, aber anstatt durch das Tor brachte mich der fremde Schließer in einen Keller. Es war ein Raum für die schlimmsten Erwartungen, ein glatt verputztes und sehr sauberes Behältnis mit einer Tür, in die ein von außen aufziehbares Schott eingelassen war und mit zwei abgedeckelten Kellerfenstern. Zuerst meinte ich, nun sei ich unter eine dritte Art von Verschluss geraten, wüßte auch noch durch Dunkelhaft. Aber wie ich die Konturen des Raumes gewahrte und sah, dass ich nicht in vollkommenem Dunkel war, wußte ich meinen Irrtum. Denn Dunkelhaft dessen war ich schon sicher, würde hier in vollkommenem Dunkel sein. Auch hatte ich von keiner Verschließung solcher Art gehört, für die man vorher gebadet worden war, und ich verstand nicht, warum man mir bedeutet hatte, die Hosen abzutun und die Unterhosen bis zum Knie zu krempeln. Dann wurden die Kellerluken geöffnet, und ich sah, dass rutschenförmige Einstiche in mein Behältnis führten, und bald sah ich den geschnittenen Weißkohl, der in großen Mengen durch die Luken kam. Doch ich muß es so sagen, ich sah zunächst verständnislos auf den Vorgang. Ich übertreibe vielleicht ein wenig, wenn ich sage, ich hätte für möglich gehalten, dass man mich an eine Erschießungsmauer führte, aber ohne Übertreibung hielt ich für unmöglich, was mit mir geschah. Dass sie mich gereinigt hatten, mich in einen Keller sperrten und mich mit geschnitzeltem Weißkohl zuschütteten. Die Schließer in einem solchen Haus sind weniger da, dass man nicht fortläuft. Sie sind vor allem gedacht, einem beizubringen, was man zu tun und was man zu lassen hat. Wie er überhaupt strafe, vor allem darin besteht, dass einem gesagt wird, was man zu tun und zu lassen hat. Ich glaube nicht an die saubere Unterscheidung zwischen Strafgefangenen und Untersuchungsheftlingen, wenn man beide erst einmal unter einem Dache hat. Und schon gar nicht glaube ich an das Unterscheidungsvermögen von Schließern, soweit es sich um die Leute auf der anderen Seite der Trallien handelt. Sie schließen die ein oder lassen sie heraus und sie sorgen, dass die tun, was sie tun müssen und lassen, was sie nicht dürfen. Bei einiger Intelligenz begreift man dies am schnellsten und man lernt, jene Schlüsselwarte zu schätzen, die präzise zu sagen wissen, was in ihren Wünschen steht. Unklarheit führt auch hier nur zu Kraftverlust und Verdruss und so war ich der plastischen Gesten und Worte froh, mit denen der fremde Schließer meine Aufgaben umriss. Er gab mir ein Paddel, dessen Blatt nur die Hälfte seiner ursprünglichen Breite hatte und er stellte einen Papiersack voll Salz neben die Tür und er sagte, verteilen, Salz streuen, marschieren und dann schloss er die Kellertür. Weil die aber kein Guckloch hatte, beeilte ich mich nicht. Ich ging zuerst der Frage nach, wie weit roher Kohl, wenn man ihn mit grobem, grauem Salz bestreute, essbar sei. Er war eine ganze Weile sehr essbar. Als eine weitere Doppellawine geschnitzelten Krauts in den Keller rutschte, machte ich mich an das Werk, von dessen Bestimmung ich immer noch nicht recht wusste. Ich schaufelte den Kohl mit meinem Paddel in den Raum, verteilte Salz auf eine sehr beliebige Weise und wartete mit meinen gebadeten Beinen durch das rohe Gemüse. Ich fand es für einen Augenblick seltsam, dass man hierorts Kohl einsalzte. Aber da ich auch nicht genau wusste, was man zu Hause mit dem Kohl anfing und da ich vor allem für seltsam halten musste, was man mit mir hier anfing, übertönte diese Befremdung alle Befremdungen geringerer Natur. Wo man mich einsperrte, da zählte es nicht, dass sie Kohl einsalzten. Zwischen den Fuhren hatte ich genügend Zeit, sie zu verteilen, mir war nur nicht klar, wie ich auf Dauer die Tür würde freihalten können und ich überlegte, so ungeübt in Haft war ich noch, ob ich dem Aufseher von dem Problem sagen sollte, als der auch schon erschien, um meinem Treiben eine Weile zuzusehen. Mit meiner Art, durch die Schnitzel zu starksten, war er nicht zufrieden. Er zeigte mir an, wie man Kohl festtritt. Mit meiner Art, das Salz zu verteilen, war er auch nicht zufrieden. Er führte mir die richtige mit großen Sämannsgebärden vor. Und von der Aussparung vor der Tür wollte er nichts wissen. Er bedeutete mir, dass ich sie zuschaffeln und festtreten sollte. Und weil er diesen Auftrag mit der Hand beschrieb, in der er sein Schlüsselbund hielt, beeilte ich mich, ihn auszuführen. Der Schließer war aber nicht so ungeübt wie ich. Er verstand meine ungesagte Frage und er beantwortete sie. Tür zu, Sauerkraut. Du in Tür, Sauerkraut mit Fleisch. Und ehe er mich wieder in dem Sauerkraut-Bottich einschloss, sagte er noch, Kannst du singen, Deutschland, Deutschland, über alles. Es war mir, wie sagt man, grundsätzlich nicht nach Singen. Und nach dem Deutschlandlied war mir in diesem Land seit langem nicht. Aber flüchtig befasste ich mich doch mit Wort und Melodie, weil es mich hinderte, mich mit dem salzigen Scherz des Schließers zu befassen. Glaubenssachen sind Lagenssachen, hat mein Onkel Johnny immer gesagt. Und wie soll ein Mensch, den es so sehr versetzt hat, wie es mich versetzt hatte, nicht seiner Laufbahnende in Pökelfleisch für möglich halten? Ich muss es wieder und wieder betonen, für möglich halten. Das ist ein unzulänglicher Ausdruck. Er ist so vernünftig. Wo man mit Vernunft fortkommt, tut er bestimmt seine Dienste, aber wie dort, wo die Vernunft schon ausgesetzt scheint. Ich hatte doch die feste Meinung, dass wieder vernünftig sei, was mit mir geschah. Wie sollte ich da an eine partienweise eingesetzte Vernünftigkeit noch glauben? Natürlich wies ich die Möglichkeit weit von mir, man könnte mich zur Verstärkung der Nährkraft des Weißkrauts ausersehen haben. Ich wies sie weit von mir, aber nicht so weit, dass ich sie nicht doch im Auge behalten hätte. Ich stampfte durch den Kohl und sagte mir, sie würden mir nicht Jacke, Hemd und Unterhose gelassen haben, sie würden die doch nicht mitversäuern wollen, wenn sie schon mich versäuern wollten. Das scheint eine aberwitzige Tröstung, aber Glaubenssachen sind Lagenssachen und so war meine Lage. Über dem Boden aus Zement und zwischen den Wänden aus Zement und auch an der Tür aus Eisenblech wuchs die Schichtung künftigen Sauerkrauts. In kurzen Abständen verstopften neue Ladungen die Einfüllschlitze und nahmen mir, bis ich die Schächte wieder freigepaddelt hatte, das bisschen Licht und in die Luft mengte sich schon merklich die Beize aus gesalzenem Kohlsaft, der sich unter Druck erwärmt. Und ich hielt die Chemie in Gang, indem ich das zertrennte Kraut mit meinen sauberen Füßen wieder in festere Verbindungen drückte. Ich trat fast auf der Stelle, aber ich kam über die ganze Fläche, bis die neue Schüttung dem Keller weitere Luft entpresste und einmal war so oft Nachschub gekommen und hatte ich den so oft festgestampft, dass ich mich zu der Berechnung in der Lage sah, nach welcher Fuhre kein Raum mehr bleiben würde fürs vertikale Stampfen und wo ich, wenn ich noch Platz für mich behalten wollte, wohl ins Rollen übergehen müsste und mich verwandeln würde in etwas, was ich mir nie erträumt, in eine Sauerkrautwalze, die tätig war in einem Warschauer Gefängniskeller. Ich verbaute den hässlichen Gedanken für eine Weile den Zutritt zu mir, indem ich mich an anderen Berechnungen versuchte. Wie viel Kohl ist das hier, den ich durch Dritte seiner Verwandlung näher gebracht habe? Wie viele Köpfe waren das? Wie viele Quadratmeter Kohlacker? Wie viele Köpfe gehen auf einen Quadratmeter? Zwei oder vier? Sagen wir drei. Drei auf einen Quadratmeter? Macht 300 auf einen Aar? Sind 30.000 auf einen Hektar? Ob das schon 30.000 Köpfe waren? Kaum. Ein Viertel vielleicht. Ein Morgenkohl könnte sein. Ich habe einen Morgenkohl zu Sauerkraut getrampelt. Das kann nicht jeder von sich sagen. Das stimmte. Nur war noch nicht klar, ob ich es würde sagen können, ob ich es würde jemandem sagen können, denn wenn ich erst einmal durchgegart in der Krautlake lag. Das war nun Unfug, gewiss. In der Benennung wurde der Unfug offenbar, aber weil in den tröstlichen Gedanken ein neuer Mahlstrom aus geschnittenem Weißkraut rutschte, machte sich die Tröstung in mir ebenso wenig fest, wie es der Drohung hatte gelingen wollen. Und so viel wusste ich schon lange. Wenn man hier aufgefordert worden war, das Deutschlandlied zu singen, dann hatte kein Freund dieses Liedes das getan, und dem Gesang folgten meistens Schläge oder ein paar kräftige Tritte in den Hintern. Die Männer auf den verblagten Geröllhalten hatten auch sehr oft Deutschland Deutschland über alles gerufen, bevor sie die Steine nach mir warfen, und die Steine waren nicht so klein gewesen, dass man noch von einem Scherz hätte sprechen können. Ein richtiger Treffer, und Toter konnte man nicht sein, wenn man in Sauerkrautdunst erstickt war. Die Stadt sah aus wie ein Platz für das Ende, und das Gefängnis sah schon gar so aus, und was brauchte ich denn noch, um alles für möglich zu halten. Musste man mich erinnern, dass ich der nämliche Mensch war, der kein Jahr zurück in einer kleinen, sauberen Druckerei in Süder-Dietmarschen gesessen hatte, beschäftigt um diese Zeit mit Satz und Druck von Danksagungen, die Weihnachtsgeschenke betreffend und die Neujahrsgrüße, beschäftigt also schon mit den Nachwehen eines Festes, dessen Vorbereitungen ihren Höhepunkt noch gar nicht erreicht hatten? Zwar, ich hatte die begehrte Lehrstelle gerade bekommen, weil in meinem Schulzeugnis stand, ich hätte zu viel Fantasie. Ein bedenkliches Übermaß stand da, aber bei aller Fantasie hätte ich mich doch nicht hinein vermutet in einen polnischen Krautkeller, in dem vor lauter Salz und Kohlschweiß keine Luft zum Atmen war. Und genau dort war ich nun, auf keine Vermutung angewiesen, bis zu den sauberen Knien in geschnippeltem Kappers, längst über allen Verdacht hinaus, wadentief in künftig saurem Kapusta. Brauchte ich der Hinweise mehr, dass mir, ja, auch mir, alles passieren konnte? Wie viele Beweise brauchst du denn noch, Marc Niebuhr, dass es auf dich abgesehen ist? Du hast nicht gedacht, dass du in den Osten musst, und wo ist dies hier? Du hältst noch zu viel für unerlaubt, was längst Brauchtum ist. Du hältst dich zu sehr für eine Ausnahme und meinst, Malheur sei für die anderen da. Es ist auch für dich genügend da, Marc Niebuhr, und man fragt sich, was du zur Einsicht noch brauchst. Man kann nicht in einem Gemüsekeller ersticken? Und wer wäre ums Haar erstickt in einer Futterkrippe in einem verjauchten Pferdestall? Wie oft muss man dich in ein Gefängnis tun, bis du glaubst, es kann auch dir geschehen? Dies ist das dritte Mal, mein Freund. Es geht zu mit dir wie in einem schlimmen Märchen. Zuerst die Nacht in Kornin, gewiss, das war eine Unterbringungsfrage. Dann der Hof in Rotsch. Freilich war das ein Teil des Besichtigungsprogramms. Und nun war Schawa, Hauptstadt war Schawa. Nun hat Rumpelstilz die Schlüssel fortgeworfen und kommt nimmermeh. Zu viel Fantasie? Ja, in der Tat, zu viel. Du hast gedacht, der Krieg ist aus. Du hast gedacht, der Krieg ist aus und dann ist er für dich erst losgegangen. Ein Träumer? Oh, was bist du doch für ein verwegener Träumer! Hast immer geträumt, einmal auf einer Lokomotive zu reiten? Hast auch geträumt, einmal des Feindes Panzer mit der Faust zu durchschlagen? Und Feldwebeln wolltest du immer was tun, im Schlaf, im Traum? Und wie viel Schlaf ist dir verkürzt, weil sie hinter dir her gewesen sind? Alle hinter dir her, hinter dir ganz allein und haben dich gejagt, bist du im Traum, im Traum, Mark Nibur, unter ein Bett geflohen bist, im Traum. Zu viel Fantasie, zu viel Träume und wenn sie besonders böse waren, ist auch gestorben worden in ihnen. Ach, welch ein lebenslebendiges Erwachen dann? Gar nicht wahr, nur Traum, gar nicht wahr. Nur hier steht das Erwachen noch aus, Mark. Hier muss nur einer rufen, endlich aufstehen, Mark, und dann wird man erwachen und alle werden am Leben sein. Der Friseur aus Britz, weil man ja an einer Fensterscheibe nicht sterben kann. Der Doktor Ganzekehl, weil doch so ein berühmter Mann nicht sterben darf. Der Porzellanmacher Edwin Haskorvo, weil der Gedanke nicht denkbar ist, einer könnte zertrampelt werden wegen eines Kreuzworträtsels. Der Küchensoldat und die Panzersoldaten, weil ja nicht möglich ist, dass Mark Niebuhr aus Marne in Süder-Dietmarschen Hand an sie legt, mit der Panzerfaust, mit der Kugel nach ihnen schlägt. Alle werden nach diesem Erwachen am Leben sein, auch Mark Niebuhr, der in einem Traum so unrühmlich vergangen ist, in einem Krautkeller, weil die Luft zu salzig war und werden sie alle lachen, oh, was für ein Traum! Ich tat, was bei Gefängnisbeamten nicht beliebt ist. Ich schlug mit der Faust an die Tür und der Beamte ließ mich so lange warten, bis ich wieder wusste, wer an solchen Türen der Bestimmer ist. Dann rief er, Tschecher, was Ruhe heißt. Es ist aber dieses Wort nach Art der Beamten nur die Einleitung zu einem Gespräch, und weil ich das fortzusetzen gedachte, rief ich, es ist hier voll. Tschecher, schrie er wieder, und was gegen die Tür schlug, wusste ich, war sein Schlüsselbund, und ich wusste auch, was das besagen sollte. Nur war mir schon bekannt, dass nicht weit kam, wer sich auf solche Weise das Wort verbieten ließ. Solange eine eiserne Tür zwischen einem und einem Schlüsselbund ist, macht das Schlüsselbund nur Lärm, und man muss dagegen lärmen. Es ist hier voll, lärmte ich. Sing du, Deutschland, Deutschland, keine Luft zum Singen. Sing du, Schwabi, Schwabi, über alles, keine Luft. Tschecher, singen, Schwabi, über alles. Es war dies nicht die schärfste der Ungereimtheiten, aus denen sich meine Lage bestimmte, aber man kriegt ja auch zu essen, bevor es auf die letzte Treppe geht, besonders fein zu essen, und ich habe schon gedacht, dass man daran erkennen kann, wie die Welt einmal gewesen ist. Man bekam noch einmal zu essen, bevor man aus ihr verjagt wurde, wenigstens einmal richtig und fein zu essen, und ich habe an diesem Brauch auch gesehen, dass es nicht vorzüglich die satteren Leute waren, die mit fremder Hilfe abgefahren sind von der Erde, doch zu solcher Einsicht hätte es wohl des Bedenkens von Bräuchen nicht gebraucht, und auf dem Sockel aus festgetretenem Kraut, in dem das Salz schon seine lösende Wirkung hatte, fand ich mich auch nicht genügend erhöht, juristische Gepflogenheiten früherer Zeiten zu bedenken. Ich fand nur Unrecht, was mir geschah, und den, der mir das Geschehen ließ, in der Meinung zu erschüttern, es geschähe mir schon recht, fand ich nur den Weg, ihn wenigstens auf den geringsten von allen in Kraft befindlichen Widersprüchen hinzuweisen. Was soll sein, Tschicho oder singen, rief ich. Und er rief, aber dies schon aus tiefsitzender Übung noch einmal, Tschicho! Und dann rief er, Was ist los? Keller ist voll, schrie ich. Und ich schrie nicht, wie komme ich hier raus, aber ich machte, Keller ist voll, so klingen wie, wie komme ich hier raus. Er ließ uns beiden Zeit, und dann antwortete er, Was glaubst, so weiß ich, wie groß ist Keller. Wahrscheinlich habe ich ernsthaft den Raum ausgemessen, zwischen den zementenden Wänden und dem Boden aus künftigem Sauerkohl, gerufen habe ich, Ja! Und er hat gerufen, Was glaubst, so mache ich Kapusta die erste Mal? Da ich ja täglich von solchem Zeug zu essen bekam, und weil es schmeckte, als wäre es vor viel zu vielen Jahren gewachsen, rief ich, Nein, das glaubte ich nicht. Und er stellte die Frage durch die Tür, Also wer sagt dann, Keller ist voll? Sie, sagte ich, und weil gerade ein weiterer Morgen Kohl durch die Luken rutschte, sagte ich es sehr entmutigt. Tröstlich war dann aber wieder der Gedanke, dass der Wächter noch vor meiner Türe saß und mich sogar mit Auskunft versah, was überhaupt nicht zu seinen Pflichten zählte und wirklich nicht nach Art seines Standes war. Auf eine unbestimmte Weise tröstlich war auch, dass das Salz zur Neige ging, und als ich in mir den ungeheuren Schub Vernunft bemerkte, der mich bewog, die Taschen meiner Feldbluse mit dem letzten Salz zu füllen, und als ich mir mit höchster Unvernunft dazu sagte, wenn ich den Scheffel verbrauchen wollte, hätte ich noch lang zu leben. Da schlugen mir die Gefühle wieder einmal zu jener Verrücktheit zusammen, zu der ich immer fähig bin, wenn ich die Verzweiflung schon hinter mir habe, und ich stampfte mit schon etwas gesenktem Kopf die letzten Runden durch das säuernde Nährkraut und hustete dazu, was mir aber wie singen klang. Nach der Melodie des Deutschlandliedes machen wir sauren Kapusta nicht zum ersten Mal, freut euch Schneider und auch Schuster, putzt den ganzen Keller kahl, und ich suchte gerade nach einer Fortsetzung, als der Schließer wieder Tschicho rief. Er rief es diesmal aber nicht durch die Tür, sondern vom Hof her, durch eine der Kohlschütten, und er rief Gib Salztüte! Und er rief Gib Hand! Und als ich dort oben, wo Erde und Himmel waren, Hände sah, die auf meine Hände warteten, legte ich mich in die Lukenschräge und streckte mich, und aufwärts fuhr ich in der Weise, in der man eben einem Sauerkrautbottich entgegenfährt, und ich habe mir die jüngst gewaschenen Knie dabei aufgeschunden. Der fremde Schließer hat mich meinem Schließer zurückgeliefert, der hat mir von den vier Taschen voll Salz eine gelassen, und es hat nicht lange gedauert, da träumte ich mir einen Morgen frischen Kohl dazu. Der erste Winter des Friedens ist so kalt gewesen, wie der erste Winter des Krieges gewesen war, und in beiden Wintern waren die Scheiben weiß gefroren, wenn ich aus dem Schlaf erwachte. Der Friedenswinter war insofern besser für mich, als ich den Schlafraum mit niemandem teilen musste. Im ersten Kriegswinter war mein Vater noch zu Hause und mein Bruder auch, das machte vier in einem Schlafzimmer, und das ist wohl angenehm, wenn man vier Jahre alt ist, aber wenn man bald vierzehn ist, und die Eltern sind noch lange nicht vierzig, ist das nicht sehr angenehm, und es wird auch nicht wärmer in einem Zimmer für vier, wenn draußen die Kälte schneidet, die Eisblumen werden nur dicker, und das Wasser im Eimer, das zum wenigsten reines Wasser ist, ist manchmal am Morgen gefroren. Wir haben zwei Zimmer gehabt, Stuben, sagt man bei uns, und eine Küche und einen Vorraum und einen Windfang und einen Dachboden und einen Stall. Das hört sich nach viel Gelass an. Warum müssen solche Leute zu viert in einem Zimmer schlafen? Weil keiner im Stall schläft und keiner auf dem Dachboden, obwohl der bei uns fast immer voll Heu gewesen ist. Und weil der Windfang gerade so groß war, dass man gleichzeitig die Außentür schließen und die Innentür öffnen konnte, ohne die Arme dabei vollends auszustrecken. Und weil der Vorraum auch die Waschtüche war, mit Handpumpe und Abfluss im Zementboden und Gerümpelkammer war er auch und auch Werkzeugschuppen. Und weil man in der Küche zwar wohnte, aber doch nicht schlief. Ich glaube, ich habe in meiner Jugend nur Leute gekannt, die in der Küche wohnten. Da war für mich Wohlstand, wo sie eine Küche hatten, in der sie nur kochten. Und Wohlstand war die Abweichung. Unser Leben war normal. Man wohnte in der Küche, da gab es den Herd, einen Küchenschrank, einen Tisch, genügend Stühle für alle und auch für Besuch und weil man hier ja wohnte, gab es auch ein Sofa. Man kam aus der Schlafstube, ging aufs Klosett auf dem Hof, wusch sich im Vorraum unter der Pumpe und bis zum Schlafen gehen war die Küche, das Haus. Die andere Stube, die zweite, die da außer der Schlafstube noch war, warum wohnte man nicht in der und schlief nicht in ihr? Weil das natürlich die gute Stube war. Eine gute Stube musste man haben, nicht? Weil man eine gute Stube ja brauchte. Weihnachten, Ostern, Pfingsten eigentlich nicht, aber Geburtstags und bei Konfirmation brauchte man eine gute Stube. Und es ist mir auch jetzt noch fast unmöglich zu denken, man hätte außerhalb der Festlichkeiten vielleicht zwei Betten in der guten Stube aufstellen können. Warum? Weil es dann keine gute Stube mehr gewesen wäre. Wenn ich es großzügig überschlage, alle Feiertage zusammennehme und auch die Nächte dazu, in denen wir die abgebrannten Nachbarn dort behausten, dann komme ich für meine ganze überschaubare Jugend immer noch nicht auf hundert Tage und Nächte, in denen die gute Stube benutzt worden ist. Kein Wunder, dass ich feuchte Tapete rieche und einen Ofen, der vor Ungeübtheit stinkt, wenn man ihn im Dezember in Gang setzt und im März oder April noch einmal. Kein Wunder, dass mir nicht gemütlich wird, wenn ich an gute Stube denke. Im Winter hatte meine Zelle etwas davon, wie mein Fenster etwas von unserem Schlafstubenfenster hatte. Die Wände schwitzten und atmeten aus, was meine Vorbewohner in sie hineingeatmet hatten. Es war gesorgt, dass man in diesem Raum nicht ganz erfror. In der Fensternächsten Ecke führten Heizungsrohre hinauf zu irgendwelchen Glücklichen, die ihre kalten Rippen an warme Heizungsrippen drücken durften. Ich hatte nur mich. Mich an mich zu drücken und wer nicht weiß, wie das geht, hat noch nicht ganz gefroren. Ich meine ganz. Von einem Ende zum anderen, ohne warmen Zwischenraum, so sehr, dass selbst, was nur Idee in uns ist, selbst unsere Gedanken frostig klirren. Man soll sich dann bewegen, es ist mir dies bekannt. Aber nicht bekannt ist mir, wie man sich wärmefördernd bewegt, ohne von dem Kraftvorrat zu verbrennen, der eben ausreicht, dass man sparsamste Bewegung vorausgesetzt, bei einiger lebendiger Wärme bleibt. Es schien dieses Problem der Direktion vertraut zu sein, denn eines kalten Tages reichte mir der kleine Schließer, der immer Schipko, Schipko rief, was so viel wie Rasch, Rasch bedeutet, zwei Decken in die Zelle, zwei. Und eines anderen kalten Tages rief er mich aus der Zelle und stieg mit mir viele Treppen hinauf zur Kleiderkammer und dort bekam ich ein paar Holzschuhe mit ledernem Oberteil und einen gefütterten Tarnanzug. Zwar flogen mich kurz Bedenken an, weil es einer von der kleinen gefleckten Art war, die nur die SS getragen hatte, aber ich kam schnell über den Einwand hinweg, den sich einer leisten konnte, der reicher war als ich und dem es wärmer war. Ich hatte nichts, ich fror und ich wäre in beinahe jede Hülle gekrochen. Es war dieser Tarnanzug wirklich eine schützende Hülle, ein bergendes System fast, in das nur wenig von außen Einlass fand. Er ließ sich an Knöcheln und Handgelenken zuzurren, die Jacke reichte weit über den Hosenbund, fast bis zu den Knien und die Kapuze bedeckte auch Stirn und Kinn. Ein Anzug wie eine Blockhütte. Er schützte mich nicht vor den reißenden Fragen und den niederdrückenden Vermutungen, aber weil er mir viel von meiner Wärme bewahrte, konnte ich in ihm fortgehen auf Zeit aus dem kalten Winterloch, konnte durch die Trallien fliegen in bessere Küchen und in ein besseres Land, das so hieß, wie meine Kindheit geheißen hatte. Es wird wohl nicht seltsam sein, dass es mir leichter fiel, mich dorthin zurückzudenken, wo ich ein Junge war und dass es seine Schwierigkeiten hatte, wenn ich nach mir suchte als einem jungen Mann. Seltsam war nur, fand ich, dass es mir nicht gelingen wollte, als Gegenbilder zu dieser spucknassen Kälte Sommerszenen aufzusuchen, Strand- und Badefreuden heranzudenken oder wenigstens den Sand von Puwavi oder den Schienen Schotter in der Junisonne. Es waren Wintergeschichten, die ich mit meinen Wünschen erreichte, Winteraugenblicke mit klirrendem Frost und ich fror in ihnen nicht weniger, als ich ohne den schützenden Anzug in meiner Zelle gefroren hatte. Und nur, aber das machte den Unterschied und machte die Ausflüge in gehabtes Leben lohnend und lockend, nur wurde ich am Ende dieser Geschichten mit Wärme geradezu überschüttet. Vielleicht sollte ich auf diese Weise meine frostige Gegenwart beschwören, sich an das Muster zu halten. Wahrscheinlich wünschte ich, man holte mich wieder ins wärmende Bad und schickte mich dann, nicht nasses Kraut, sondern warmen Brotteig zu treten, aber geschehen ist dergleichen nicht. Ich lese, wenn ich von anderen Gefängnissen lese und von der Ordnung dort, dass es in allen Häusern dieser Art verboten ist, tagsüber die Pritsche zu benutzen und immer, wenn ich auf solche Mitteilungen stoße, frage ich mich, warum es mir nicht verboten war. Ich hatte aufzustehen, wenn die Tür geöffnet wurde und in einer Gehaltung unterm Fenster zu verbleiben. Das gab mir Panjipko gleich zu Anfang mit dem Schlüsselbund zu verstehen. Und das war auch schon alles an Hausordnung, soweit sie mich betraf. Jedenfalls, solange ich alleine in einer Zelle war. Später wurde das dann anders und da war es viel schwerer, sich wegzuträumen aus dem Bau. In der Zelle, die ich mit keinem teilte, konnte ich das, auch wenn ich meine vorsichtigen Märsche machte, sechs Schritte in wechselnder Richtung, sechs unaufwendige Schritte, bei denen ich so behutsam mit mir umging, wie wohl seither nie mehr. Das klingt nun genau, wie man aus Büchern und Filmen diese Verhältnisse weiß und schon um mich davon abzulösen, rede ich lieber vom Hühnerfutter und davon, wie kalt es gewesen ist, als ich es holte und wie warm es da gewesen ist und wie warm mir in meiner Zelle wurde, wenn ich daran dachte. Das war in jenem ersten Winter, als alles besonders strenge zugegangen ist. Der Krieg war noch neu und so nahm man es sehr genau mit ihm. Man kann es vielleicht die besonders theoretische Phase des Krieges nennen. Geschossen wurde lediglich unter Wasser und nach ein paar Flugzeugen, aber geredet und geübt und auch gespart wurde sehr. Das war der Kriegsteil, in dem wir alle Gasmasken kriegten und in den Obstgärten Splittergräben schachteten und wo wir noch hinsahen zu den Sperrballons über der Brunsbüttler Schleuse. In dieser Zeit hat mein Vater einmal gesagt, nun sei es von Vorteil, zu den ärmeren Leuten zu zählen und er hat von Gerechtigkeit gesprochen. Ich weiß, was er gemeint hat, aber mit Gerechtigkeit hatte es bestimmt nichts zu tun. Ich hätte es später gern mit ihm erörtert, aber er ist ja nicht wiedergekommen. Gemeint hat er einfach, dass es uns nicht so traf, wenn es vieles nicht mehr gab. Es traf uns nicht, weil wir es auch vorher nicht gehabt hatten. Wir hatten keinen Bohnenkaffee getrunken und als der uns zugeteilt wurde, hat mein Vater ihn seinem Chef gebracht und der hat ihn genommen und ein Aufgeld gezahlt. Die Butterrationen hat er auch genommen, bei uns gab es immer Margarine. Später, und das sieht nur seltsam aus, haben wir die Butter selber gegessen, weil wir da mehr Geld hatten. Oder nein, wir hatten auch nicht mehr Geld als vor dem Krieg, aber es gab weniger zu kaufen. Da hatte sich das, was meinem Vater wie Gerechtigkeit vorgekommen war, längst wieder gelegt und vielleicht hat er von dieser Vorstellung schon gelassen, als es Bezugsscheine für Hühnerfutter gab und sein Chef, der gar keine Hühner hatte, ihm seinen Schein überließ, aber gegen Eier und zwar so viele, dass es für uns bestimmt kein Geschäft war. Wenn es in einer Familie zwei Brüder gibt, von denen der eine drei Jahre älter und stärker ist und die Marschgräben sind so zugefroren, dass man auf ihnen Schlittschuh laufen kann und aus der fünf Kilometer fernen Windmühle muss ein Zentner Hühnerfutter geholt werden, wer läuft übers Eis und wer wirft wütend einen Futtersack auf den Handschlitten? Ich habe mir die Schlittenleine um den Bauch gelegt und bin gemächlich zur Mühle getrabt und auch weil der Wind mir in den Rücken blies, habe ich von der Kälte nicht viel gemerkt. Aber in der Mühle habe ich sie gemerkt, weil man dort lange warten musste. Bis auf die Schlittschuhläufer war Marne hier versammelt, wer aber auch alles Hühner hatte. Ich staunte nur. Wenn die Kälte stark genug ist, nützt kein Gedränge was. Wir standen Kopf an Kopf und über uns vereinigte sich unser Atem, aber in die Beine kroch es wie eisiges Wasser, da half das Bisschen auf der Stelle treten gar nicht. Etwas anderes hat geholfen, eine Weile sehr. Ich habe rechts von mir ein Mädchen gesehen. Es waren nur zwei ältere Weibsleute zwischen ihr und mir, ein Mädchen, das ich kannte, weil in Marne jeder Junge jedes Mädchen kennt, dem ich aber noch nie so nahe gewesen war. Sie hieß Gritje, was sich nach einer Patentante anhörte, und sie war die Tochter des Schulrektors. Sie war so alt wie ich, aber sie ging natürlich in die höhere Mädchenschule von Meldorf. Hier hatte man es mit einer Sensation zu tun, einer Doppelten. Der Rektor hatte Hühner und die Tochter holte Futter. Der Bericht würde mich heben, nachher bei den anderen auf dem Eis. Die beiden älteren Damen, die sich zwischen mir und dieser Gritje befanden, schienen Angst zu haben, sie könnten einander aus den Augen verlieren. Sie standen so nahe hintereinander, dass die eine ihre Nase im Dutt der anderen hatte, aber alle elf Sekunden fragte die vordere, die hintere, bist du noch da, Ellen? Und die hintere sprach ihr in den Nacken, ja, ich bin noch da, Hanni. Und dazwischen ermahnten sie sich gegenseitig, ja, den Korf nicht loszulassen. Das eine plattdeutsche Wort in ihrem sorgfältigen Hochdeutsch hörte sich komisch an, aber ich fand den Korf bald hassenswert, weil er mir den Weg zu dem Mädchen versperrte. Es war mir zwar gelungen, mich zwischen die beiden Fräulein zu drängen, aber von ihrem Korf ließen sie nicht, und so musste ich auf einen mühevollen Rückzug. Immerhin berechnete ich die Magnetkraft ihrer Geschwisterliebe richtig. Denn kaum gab ich den Raum zwischen ihnen frei, saß die hintere wieder mit der Nase im Dutt der Vorderen, und die Lücke, die für einen Augenblick entstand, war mir Passage zu dem Mädchen Gritje. Sie sah das, was Mädchen können. Sie sah unverwandt dorthin, wohin sie bis eben gesehen hatte, aber sie nahm meine Ankunft an ihrer Seite wahr. Und für mich ergab sich wieder einmal das Problem des ersten Wortes. Wieder einmal sage ich, und ich könnte auch sagen, damals schon, denn vor das Problem des ersten Wortes sah ich mich noch öfter gestellt, und ich bin sicher, es hätte meinem Leben die eine oder die andere scharfe Wände gegeben, wäre zu gewissen Zeiten das passende erste Wort zu meiner Verfügung gewesen. Es gibt alle möglichen Gesetzestafeln und Sittenkataloge, und wie man sich verhalten soll bei Tisch, und wenn man auf Besuch ist, lässt sich nicht nur bei Knigge nachschlagen. Und es gibt Sammlungen geflügelter Worte und sogar berühmter letzter Worte, aber an ersten Worten gibt es so gut wie nichts. Vielleicht ist es wegen der Vielfalt von Möglichkeiten, denn die Anredensammlung müsste ja wirklich sehr vielfältig sein, die auch noch für eine Mühle, in der es bei 18 Grad Minus Hühnerfutter gibt, ein erstes Wort zur Verfügung hielte. In einer Lage wie der, in die ich mich durch Überwindung der beiden älteren Damen und ihres Korfs gebracht hatte, vergeht die Zeit auf bedeutende Weise. Wenn man nicht bald etwas sagt, kann man bald nichts mehr sagen, denn einer, der eine halbe Stunde stumm steht, um dann zu grüßen, nimmt sich dämlich aus. Aber grüßen, das gehört bei mir zu Hause schon zu den innigeren Verkehrsformen. Ein Gruß ist eben kein erstes Wort, weil man nur grüßt, wen man kennt und kennenlernen kann man jemanden erst, wenn man ihn passend angeredet hat. Ich meine, es bestand kein Zwang, die Rektorsgritje anzureden. Ich hätte auch neben ihr stehen können, wortlos und wortlos hätte ich von ihr scheiden können, aber wie sie sich physikalisch nicht bewegte, so hätte ich doch geschworen, dass sie chemikalisch sehr in Bewegung war und ich war auf beide Arten in Bewegung und ich hatte doch nicht die beiden Jungfern mit ihrem Korf solistisch überwunden, um nun neben dem Mädchen Gritje wie ein stummer Stoffel zu gefrieren. Wusste ich gar nicht, dass ihr Hühner habt, sagte ich, und wenn sich einer mal daran macht, das große Buch der ersten Worte zusammenzustellen, dann begehrt er einen Fehler, wenn er in ihm nicht eine Galerie der erfolgreichsten ersten Worte einrichtet und wenn er denen nicht als allererstes Wort voranstellt, wußt ich gar nicht, dass ihr Hühner habt. Den Wohlklang ist ja gut, aber Erfolg muss zählen. Gewiss haben sich viele mit der Formel einzukratzen versucht, mein schönes Fräulein darf ich wagen und so weiter. Und vielleicht ist sogar die Hälfte damit gelandet, das ist auf diesem Feld sehr viel, aber 100% sind eben mehr. Und da ich meinen Spruch nur einmal sagte und Gritje ihren Schnabel daraufhin sogleich in Gang setzte, als hätte sie seit langem auf mich gewartet, kann ich von 100% sprechen. Haben wir aber, sagte sie, und mein Vater sagt, es wird Zeit, dass ich das merke. Er sagt, bisher hätte ich nur die Eier zur Kenntnis genommen und einfach übersehen, dass da auch noch Hühner mit dranhängen. Wenn man nicht vorsichtig mit dem ist, verschafft man ihm eine Lage, in der er einem was erläutern kann. Wenn ich dir das einmal erläutern darf, sagt er dann, und er wartet keine Zustimmung ab, er fließt über. Meine Mutter sagt, es kommt, weil er in seinem Beruf nicht alles loswerden kann, was er weiß. Nun hat er sich das viele Wissen angeschafft und nun muss er es doch loswerden. Eine Kälte. Ich sag dir, eine Kälte. Ich bin in dem Bus schon ganz klamm geworden und hier werde ich nun ein Eis zapfen. Bis zu den Knien bin ich schon fertig und dann geh du mal nachher zu meinem Vater und sag ihm, seine Tochter wäre nun ein Eis zapfen. Er sitzt im Krug und tut zu dem Kröger so, als wäre er bestechlich und als könnte sich über einem Grog noch einmal die Zukunft von dem Kröger seinem dämlichen Sohn bereden lassen. Der denkt, mein Vater, der denkt, ich verstehe nicht seine Rede, wenn er zu meiner Mutter sagt, ich gehe mal beim Krug vorbei, meine Tugend prüfen. Und meine Mutter denkt auch, ich verstehe sie nicht, wenn sie meinem Vater antwortet, naja, mir gegenüber bist du letztens recht standhaft. Und wenn sie mir denn beide was abverlangen wollen und fangen beide mit der Behauptung an, sie sind auch mal jung gewesen, dann frage ich mich manchmal, ob das stimmt. Denn wenn, dann müssten sie doch wissen, ab wann man was versteht und wann man noch gar nichts versteht. eine Kälte, ich sagte, eine Kälte. Es gab gar keinen Zweifel, die suchte meine Nähe. Die krabbelte an mich ran, wie noch nie ein Mädchen an mich ran gekrabbelt war. Hier, bei all den Leuten. Und wo ich die gar nicht kannte. Aber mit den Leuten war es vielleicht nicht schlimm, weil die mit ihrer Kälte zu tun hatten und auf den Müller schimpften. Und sonst war es auch nicht schlimm. Es war eigenartig, wie man einander fühlen konnte. Dabei hatte ich eine dicke Joppe an und sie eine Kaninchenjacke. Aber ich konnte sie fühlen. Und weil ich damit ungemein beschäftigt war, fiel mir überhaupt nichts ein, als sie sagte, ich sagte ja gar nichts. Und nur weil ich ahnte, dass man antworten muss, wenn einem solche Rede gehalten wurde, sagte ich, wusste ich wirklich nicht, dass ihr Hühner habt. Und sie sagte, ich sei aber komisch. Das hat sie in einem solchen Ton gesprochen, dass mir die Ohren sausten. Und nun ist es mir gleich gewesen. Ich habe mein Bein an ihr Bein gerückt. Und verlässlicher kriegt man die Kälte gar nicht fort aus einem Bein. Und dann habe ich meinen Oberschenkel gegen ihre Hüfte gepasst. Ach, hat das gepasst. Und meinen Arm habe ich über ihren Arm vorgerückt. Und dann hat er auch gepasst. Und ein Unterhemd und ein scharfswollener Pullover und eine grobe Joppe und ein Kaninchenfell und ein anderer scharfswollener Pullover und was weiß ich für ein anderes Hemd, habe nichts dagegen gekonnt, dass Haut sich an anderer Haut erwärmte. Und die Menschen, das glaube ich fortan, können mit allen ihren Teilen reden. Ich habe gehört, Romeo und Julia sollen so junge Dinger gewesen sein, wie Gritia und ich es gewesen sind. Dafür waren sie aber auch Italiener. Und wer weiß, wenn die zwei Stunden in Frost auf Hühnerfutter hätten warten müssen, ob sich dann mit ihnen alles so entwickelt hätte. Mit des Rektors Tochter und mir hat es sich auch nicht in Teilen so entwickelt wie mit Julia und Romeo. Sie musste ihren Vater vom Krug abholen und ich musste fünf Kilometer durch den nadligen Wald. Ich hatte mir in der Mühle die Beine zu Beinen gefroren und ihre Rückverwandlung in Mark und Fleisch war mit so grimmigem Aufwand verbunden, dass sich Julia für eine Langeweile fast gänzlich von meiner Seite verlor. Fast, sage ich. Denn ganz, will ich glauben, bringt das auch keine Kälte zu Wege, die mit Eisexten haut und auch eine Hitze nicht, die mit der Sichel schlägt, aber fast hätten sie es geschafft, der Wind und die Kälte und der angewehte Schnee und der Schlittenstrick mit dem Zentner Hühnerfutter daran. Es kam wieder einmal der Augenblick, in dem ich wusste, außer mir ist niemand auf der Welt. Hier wohnt keiner mehr. Die Stadt Marne, die vielleicht vor mir in der Schneegreue lag, war verlassen von Mensch und Vieh. Die nahe See zu meiner Linken war bis auf den Grund gefroren und hielt in sich eingeschlossen, was auf ihr einmal beweglich war. Rechts vom Straßenrand ging die Welt so weiter, wie sie dort war, blieb verkrusteter Acker, den schneiger Kehrricht bedeckte bis an den steingewordenen Kanal, und die Ballons am kalten Himmel zeigten, dass hier Menschen gewesen waren. Ich kannte das Gefühl, es blieb das Gleiche bei wechselnder Szenerie. So war es kurz vorm Ertrinken gewesen, ich ganz allein in einem Wasser mit unerreichbar fernen Stränden, ich allein unter einem Himmel, der hoch wie der Himmel war, ich in einem nassen Grün, in dem es nur mein Endendes Leben gab. So war es gewesen, als mich auf dem Heimweg das Gewitter überfiel. So weit hatte ich keinen Tag mein Land gesehen, wie ich es unter den Blitzen sah. Es war eine bis in die tiefste Ferne mit leeren Häusern besetzte Ebene, und niemand außer mir hörte den Donner. Die windige Erde war mit schnellwüchsigen Bäumen besetzt, und ich fragte mich noch, wozu wir so schnell gewachsen waren. Schlagende Lichter, schüttender Ton, Untergang und nicht einmal Zeuge, hier wohnt keiner mehr. Fast so war es, als ich meinen Schlitten zog. Noch hundert Schritte wusste ich, und meine Füße in den Schnürstiefeln würden in einer Wehe stecken bleiben, gar keiner großen, nur einer, die fest genug war, die Füße zu halten, dass die Beine über den Stiefelrändern Gläsern brächen. Noch hundert Schritte, und der Schlitten bliebe stehen, das Zugseil schräg in die Luft gefroren, meine Faust und mein Handschuh daran, beide splittrig verfrostet, und ich konnte das nicht sehen, dieweil mir von all der Kälte die Augen gerade zu Marmelstein wurden. Aber eine wohnte hier noch, die Zeugin war, oder die mich doch finden würde. Die würde es nicht halten, beim Vater im Krug, wie er dem Kröger die Tugend zu weiterer Prüfung bot. Die würde dem Bescheid tun, dass von nun an er des Hühnerfutters zu achten habe, sie müsse hinaus in das Eis. Sie müsse hinaus und mag Niebuhr nach, der so furchtbar entschlossen gegen den schlagenden Wind gegangen war und dessen Schenkel so an eine Hüfte gepasst hatte und sein Arm an eine junge Brust. Die würde sich mit ihrem Kaninchenpanzern und das Tuch über den Kopf binden wie einen Helm, die würde auch im Scherbensturm nach Mark Niebuhr rufen, würde der Spur folgen, die hier und da gelegt war aus goldenem Ehrenkorn, und würde Mark Niebuhr finden. Zu spät zwar, ihn wieder ins warme Leben zu ziehen, zeitig genug nur, zu sehen, wie mannhaft hier einer dem eisigen Tod unterlag und mit den letzten Worten habe ich wirklich nicht gewusst, dass ihr Hühner habt. Es ist aber nichts geworden mit dieser kalten Fassung von Romeo und Julia. Julia blieb lieber bei ihrem Vater im warmen Krug und fuhr dann wieder in die höhere Mädchenschule nach Mehldorf und hat immer wieder gerade so zurückgegrüßt. Und ich habe mich durch das Eisverhau in unsere Küche gekämpft und dort hat es die heißesten, süßesten, zartesten, pfeffrigsten, herrlichsten Speckerbsen meines Lebens gegeben. Und bei der Schlittschuhjagd über das Prileis habe ich von des Rektors Tochter Gritje den Mund gehalten. War ja auch viel zu kalt. Und bei der Schlittschuhjagd mit der Schlittschuhjagd In der Schlittschuhjagd